Moin Moin, herzlich willkommen hier aus Straßburg. Wie immer gibt es einen Bericht der aktuellen Plenartagung von mir. Den letzten Bericht verlinke ich euch unten nochmal. Der letzte Bericht war vor dem Krieg in der Ukraine, bevor Putin in die Ukraine einmarschiert ist und dort schutzlose Zivilisten tötet. Ich habe damals dafür plädiert, noch einen diplomatischen Kanal aufrechtzuhalten und vor allen Dingen auch eine diplomatische Lösung zu finden. Zu der ist es leider nicht gekommen. Deswegen befinden wir uns jetzt in einer neuen Zeit. Ich glaube, es war nicht naiv zu versuchen, eine diplomatische Lösung zu finden. Das muss immer der erste Weg sein. Aber durch diesen Krieg sind wir gefordert, neue Lösungen zu finden. Und das hat uns auch diese Woche im Europäischen Parlament an vielen Stellen beschäftigt. Zum einen ging es um die Thematik der goldenen Pässe. Was ist das? Das sind EU-Pässe, die verkauft werden an Nicht-EU-Bürgerinnen und Bürger, meistens an reiche Oligarchen, zum Beispiel aus Russland. Diese Praxis muss aufhören. Denn wenn man einen EU-Pass hat, kann man zum Beispiel schwieriger von Sanktionen getroffen werden. Und deswegen machen wir im Europäischen Parlament klar, dass dieses illegale Einkaufen in das Wertesystem der Europäischen Union für einige Superreiche aufhören muss. Daneben haben wir uns natürlich aber auch mit dem unfassbaren Leid der flüchtenden Menschen beschäftigt. Die Europäische Union ist gefordert, die Menschen, die jetzt vor dem Krieg Putins flüchten, Schutz zu geben. Das machen die Mitgliedsländer schon sehr stark, in Polen zum Beispiel, in den baltischen Ländern, aber eben auch zum Beispiel in Ungarn. Und diese Länder sollten wir unterstützen und das machen wir auch. Wir müssen Geflüchtete aus der Ukraine aufnehmen und vor allen Dingen müssen wir ihnen einen Schutzstatus sorgen. Und dafür gibt es jetzt einen temporären Schutzstatus, der diese Menschen mindestens drei Jahre lang schützt und sie sich dann hier in der Europäischen Union aufhalten dürfen und hier auch zum Beispiel arbeiten dürfen, was anders ist als in anderen Situationen. Insofern bewegen wir uns hier ein gutes Stück darauf zu, eine Lösung zu finden, die zumindest die Not ein ganz kleines bisschen lindert. Aber natürlich muss dieser Krieg aufhören. Und es ist auch die Frage, ob es weitere Sanktionen geben muss. Dabei spielt auch die Frage eine Rolle, ob wir Energieimporte aus Russland aufgeben können. Die Europäische Kommission hat gestern den sogenannten Repower-Plan vorgestellt. Darin legt sie Maßnahmen dar, wie wir bis Ende des Jahres auf zwei Drittel der Gasimporte aus Russland verzichten können. Das ist ein sehr ambitionierter Plan, den ich ausdrücklich begrüße. Er macht außerdem Vorgaben dafür, wie zum Beispiel extreme Gewinne bei Stromanbietern abgeschöpft werden können und der Allgemeinheit wieder zur Verfügung gestellt werden können. Warum machen gerade Stromkonzerne so viel Gewinne? Naja, weil der Strompreis durch das teuerste Kraftwerk sozusagen in der Kette definiert wird. Und mit den rasanten Preissteigerungen beim Gas sind Gaskraftwerke derzeit die preissetzenden Kraftwerke. Und die Zusatzgewinne bei den anderen Stromerzeugungsarten müssen wir abschöpfen und mit diesem Geld tatsächlich Menschen helfen, die sich die Stromrechnung nicht mehr leisten können. Daneben wollen wir das russische Gas auch durch andere Quellen sozusagen substituieren. Insgesamt ein, wie ich finde, sehr ambitionierter Plan. Aber das war es noch nicht. Wir haben uns in einem Sonderbericht des sogenannten Inge-Ausschusses, in dem geht es um Desinformation und ausländische Einmischung durch Fake News in die Europäische Union, auch mit dem Thema beschäftigt, wie man Fake News in der Europäischen Union drastisch reduzieren kann. Und eine wichtige Maßnahme ist, dass wir sagen, wir wollen, dass Algorithmen nicht mehr nur anhand der persönlichen Vorlieben entscheiden und damit sozusagen Fake News schleudern werden. Das ist eine Forderung, die wir auch schon im DSA haben. Und ich finde es richtig, dass wir an dieser Stelle konsequent bleiben. Neben all diesen Themen, die sich mit und um Russland sozusagen drehen, müssen wir oder haben wir auch einen weiteren Bericht abgestimmt, den ich wichtig finde zu erwähnen, weil er doch unsere Zukunft auch betrifft. Da geht es um die Frage, wie können wir sicherstellen, dass Geräte, die mit Batterien funktionieren, dafür sorgen, dass diese Batterien besser recycelt werden können, umweltfreundlich hergestellt werden und vor allen Dingen auch nicht unter Missachtung von Menschenrechten hergestellt werden. Und insofern, jetzt kann man kurz denken, worum geht es da? Das ist doch irgendwie ein bisschen nicht so wichtig. Aber es geht um die Autobatterien. Es geht aber nach dem Willen des Parlamentes auch um Batterien, zum Beispiel in E-Scooter. Wir haben ein Rücknahmesystem für zum Beispiel 12 Volt Batterien, aber für die ganz großen Akkus haben wir das an dieser Stelle also noch nicht. Und insofern brauchen wir hier Regeln und das haben wir als Europäisches Parlament gefordert. Insofern ein ganz bunter Strauß an Themen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Einblicke geben. Frage, Wünsche, Anregungen und natürlich auch Kritik. Lasst ihr bitte wie immer unter dem Video da. Ich freue mich über euer Feedback. Wenn ihr keine Lust habt, unter dem Video zu kommentieren, dann schreibt mir einfach auf Instagram oder Twitter. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch auf jeden Fall trotz der schwierigen Zeit einen schönen Tag. Und ganz ehrlich, wenn es euch mal persönlich zu viel wird, weil ihr zu viele Informationen bekommt, weil ihr zu viel menschliches Leid seht, dann ist es auch mal in Ordnung für den eigenen Seelenfrieden, die Geräte auszuschalten und einfach mal rauszugehen. Das ist wichtig, dass wir uns alle nicht zu sehr davon runterziehen lassen, aber gleichzeitig eben weiter dafür kämpfen, dass wir den Menschen in der Ukraine helfen. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, lasst ein Like da, wenn es euch besonders gefallen hat, abonniert auch gerne den Kanal. Bis dahin, macht's gut, haut rein, ciao. Bis dahin, mach, 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 mach.